Kleine Kinder können keine Kirschkerne knacken. Hey, hallo! Pia übt gerade diesen Zungenbrecher mit dem Buchstaben K. Kennst du ihn schon? Heute lernen wir gemeinsam diesen Buchstaben kennen. Das ist das K und so sprichst du den Laut aus. K. Ich sage dir jetzt, wo du das K am Anfang hören kannst. Du hörst das K am Anfang. Jetzt bist du... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.